Und damit schauen wir nach Russland, wie das Attentat auf Donald Trump dort beobachtet wird. Und wir schalten zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Christoph, wie sind denn die Reaktionen aus Russland? Was hörst und liest du? Kreml hält sich noch bedeckt. Das ist eine Taktik, die hier immer wieder auch angewandt wird. Man guckt erst einmal zu, wie sich die Lage entwickelt. Will da jetzt keine vorschnellen Reaktionen an die Öffentlichkeit bringen. Häufig dauert das Stunden, manchmal auch Tage, bis sich Wladimir Putin äußert. Mal gucken, was da jetzt in absehbarer Zeit kommt zu dem Attentat auf Donald Trump. Die Blogger hier sind natürlich immer wesentlich schneller als der Kreml. Und da gibt es ja einen Mann, den ich oft zitiere, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, Juri Padalaka. Der wohl wichtigste russische Blogger. Und der sagt, je näher die Wahlen kommen in den USA, ich zitiere, desto lustiger in Anführungszeichen wird das Ganze. Jetzt bleibe abzuwarten, wer hinter diesem Attentat steckt. Ohne Zweifel spielt das Trump in die Hände. So dieser pro-russische Blogger Padalaka ist ja selbst Ukrainer. Oder vielleicht war es ja doch ein Einzeltäter, der vorbeigeschossen hat. Aber am Ende des Tages bleibt eben übrig, dass die Umfragewerte von Donald Trump nach oben schießen werden, so Juri Padalaka. Und das ist eigentlich auch die Meinung der meisten Blogger, die ich hier sehe und lese. Die sagen, Trumps Umfragewerte werden steigen. Er wird daraus maximal politisches Kapital schlagen aus diesem Attentat. Und wird sich generieren als Kämpfer gegen den sogenannten Deep State, gegen den Staat, im Staate in den USA. Und wird eben versuchen, da maximales Kapital rauszuschlagen für sich. Putin. Und die hat gezeigt, dass diese beiden eine interessante Konstellation hatten und immer noch haben. Wie würdest du das einschätzen? Warum in gewisser Weise sind Trump und Putin in gewisser Weise gleiche Persönlichkeiten? Immer breitbeinig, immer mit dem Mundwerk schnell voran. Also diese Konstellation, wie muss man die einordnen? Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ob Wladimir Putin tatsächlich so ein großer Trump-Fan ist, wie das Ganze immer wieder dargestellt wird im Westen. Ich denke, dass der russische Präsident gegenüber Trump sehr skeptisch ist. Und immer wieder hat Putin auch Dinge gesagt, jetzt im Vorfeld der US-Wahlen, dass ihm eigentlich Joe Biden wesentlich lieber sei. Und dann hat man das häufig als Sarkasmus des russischen Präsidenten gedeutet. Da wäre ich auch vorsichtig, weil Putin dann auch Dinge sagt wie Biden ist old school. Biden ist verständlich, ist berechenbar. Man weiß, was dieser Mann macht. Und bei Trump ist das eben komplett anders. Trump ist unberechenbar, wie wir das alle wissen. Und deswegen gibt es hier viele Stimmen, die tatsächlich sagen, dass im Kreml sich da niemand irgendwie jetzt auf eine Wahl von Trump freuen würde. Eben weil man nicht weiß, wie das Ganze ausgeht. Und von daher würde ich da auch nicht von irgendwelcher besonders guten Chemie sprechen zwischen diesen beiden Männern. Ich denke, das ist alles Unsinn. Viele Blogger schreiben ja auch, Washington ist ein Feind Moskaus. Und das wird sich auch unter Trump nicht ändern, weil ja Trump auch immer wieder diese Devise an die Öffentlichkeit bringt. America first. Und das wird sich auch nicht ändern. Und von daher muss man hier nicht erwarten, dass jetzt Trump den Russen irgendein Geschenk machen würde in Bezug auf die Ukraine. Also ganz und gar nicht. Also blauäugig oder naiv sind die Russen sicherlich nicht. Das waren sie, als Trump das erste Mal gewählt wurde oder damals gewählt wurde. Da haben sie schon gehofft, dass jetzt hier ein bilaterales Superverhältnis entsteht in der Duma. Und all das ist natürlich überhaupt nicht eingetreten. Danke Christoph für eine erste und schnelle Reaktion auch aus Russland. Danke Christoph für eine erste und schnelle Reaktion auch aus Russland.